Ah, ich will wenigstens die Ballons haben. Wir müssen Eder weiter. Jo, da oben haben wir noch einen. Ja. Schön. Neuner-Kombo. Zehner. Das ist der Ort, an dem du sterben wirst! Äh? Sehr schön. Arkham City wird in Flammen aufgehen! Ach, Mist, jetzt habe ich den Kombo versaut. Ach, wieder versaut. Leg dich um, du Schlappe! Du wirst hier sterben! Hm? Okay. Und, so. So, 16,345 GPs. Ist doch okay! Ist doch okay! Ja, da haben wir ein paar ausgeschaltet. Ist doch auch super. Oh, die haben sogar einen Pool hier, sehe ich gerade. Aus Eis? Aus Eis. Okay. Die beiden sind wir entfernt. Da drüben müssen wir hin. Klingeling, Klingeling, geht endlich an das verdammte Telefon! Ja, Klingeling, Klingeling. Hier kommt Catwoman. Mal. Okay. Das heißt jetzt... Nein! Danak! Na gut, geh mal hier so hoch. Na! Na, was haben wir denn da, Feines? Seltsame, völlig fehlplatzierte Pflanzen. Check! Willenlose, hypnotisierte Handlanger. Check! Der ach so subtile Duft faulender Kürbisse. Check! Sieht aus, als hätte ich den Eingang zur Ivys Höhle gefunden. Da! Ja! Fällt kaum auf! Ja! Fällt kaum auf! Ja! Hm, 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 hm. Ach so, zu früh, zu spät. Ja, okay, gut. Guck, und kriegen wir ihn hier so hoch? Da lang, Fieser! Was? Oh, die haben ja alle Schusswaffen gehabt, Alter. Okay, muss ich aber jetzt wieder aufpassen, also. Da oben muss ich hin. Versuchen Sie nicht aus der Anlage auszubrechen. Die Tigerwaffen werden auf jeden Fluchtversuch mit äußerster Härte reagieren. Ah, stimmt ja, ich kann ja hier den Alien klettern. Okay, dann mach einer. Hallo? Ivy? Bist du hier? Du hättest nicht herkommen sollen. Ach, komm schon. Du willst mir das doch nicht bis zum Ende aller Tage vorwerfen, oder? Du hast sie alle getötet. Es waren nur Blumen, Ivy. Ich werd dir ein paar neue kaufen. Ich kenne einen Laden, der... Ach, komm schon. Können wir nicht einfach... Oh, um Himmels Willen. Jetzt ernsthaft? Hey, Pammy. Ich hab ne Idee. Wenn du unbedingt einen Freund willst, versuch's doch mal mit ausgehen. Vergiss diesen Bruder-Scheiß. Ach. Ach. Ich habe Wochen darauf verwandt, die Gifte zu perfektionieren. die deinen fleischigen Körper zerstören werden. Hm, ja. Hör mal weiter. Na, na. Ja. Na. Die halten aber so einige aus. Was? Das war ja, Mälder. Hm. Hm. Wo lang? Wo lang? Wo lang? Wo lang? Wo lang? Wo lang? Hochklettern? Achso. Ach, und jetzt kommen die Nächsten. Okay. Glaubst du wirklich, dass du Mutter Natur besiegen kannst? Ja, natürlich. Solange du Mutter Natur bist. Die Natur ist schneller als du, Selina. Meine Spuren werden deine Lungen füllen und dich von innen her töten. Ah, so ein 16er. Na? Kriegen wir 16 hin? 17. Sieht ganz gut aus gerade. Oh, 20 schon. Oh, sehr schön. Oh, ha ha. Los, sich zu überhetzen hier. Ah, 26er. Wenn ich das gerade recht gesehen habe. Ja, tut mir die Wunsch. Sind wir jetzt fertig, Ivy? Ich wollte nur reden, mehr nicht. Wenn du noch atmest, sind wir noch nicht fertig. Sie ist stur. Das muss ich ihr lassen. Da ist sie schon. Eine Milliarde von Mikroorganismen wird in dein Blut eindringen. Sporen werden wachsen und das Blut in deinen Adern ersetzen. So lange, bis all dein Fleisch durch Rinde ersetzt wurde. Lasst nicht zu, dass sie mir wehtut. Na? Hör zu, ich brauch deine Hilfe, Rotschop. Niemals. Echt schon wieder. Du hast vielleicht Nerven, Selina. Los, komm her, Harley. Aber ich will wissen, wer ist Schatzi? Keiner ist der, für den er sich ausgibt, Süße. Wozu den Spaß verderben? Es war alles gelogen. Und du bist überhaupt nicht krank. Nett, dass du das sagst. Aber du müsstest es eigentlich besser wissen. Ich bin ganz schön krank, mein Freund. Nehmen wir nur mal mein Blut als Beispiel. Wünschte, jemand würde es nehmen. Es bringt mich noch um, dieses Zeug. Kann mir doch egal sein. Nicht ganz, denn ein klitzeklein bisschen von mir steckt jetzt auch in dir, Bats. Ach, komm. Sag nicht, dass du das nicht schon immer wolltest. Hör zu, uns läuft langsam die Zeit davon. Ich brauche deine Hilfe. Ich hatte das Heilmittel schon fast. Ich war ganz nah dran. Doch man hat's mir weggenommen. Dann sterben wir also beide. Das ist es mir wert. Ach ja? Stell dir vor, du stirbst, obwohl du weißt, dass es Gotham schon bald genauso ergehen wird. Wovon redest du überhaupt? Oh, hab ich das nicht erwähnt? Ich hab die letzten Wochen damit verbracht, Togen meines Blutes in sämtliche Notaufnahmen der Stadt zu brechen. Dann ist das Protokoll 10. Gotham wird vergiftet. Ich hatte irgendwie mehr erwartet. Protokoll 10. Noch nie davon gehört. Gut festhalten. Du hörst von mir. Nett. Ich höre. Na, fühlst du dich etwas abgespannt? Was willst du? Ach, Betz, Kopf hoch! Ich töte dich nicht. Ups! Wo ist das Heilmittel? Wer hat es? Ich hab unseren kaltherzigen Mr. Freeze mit der Herstellung beauftragt. Aber er ist untergetaucht. Ich finde ihn. Darauf wett ich! Alfred, Joker hat mich vergiftet. Möglicherweise auch ganz Gotham. Mr. Freeze hat das einzige Heilmittel. Worauf warten Sie denn noch? Er ist in Arkham City. Finden Sie ihn? Wenn es so einfach wäre. Er wird da sein, wo es kalt ist. Er braucht Temperaturen unter Null, um überleben zu können. Ich will Sie ja nicht entmutigen. Aber da draußen herrscht gerade Winter. Hab ich bemerkt. Die Kapuze ist so kalibriert, dass sie Wärmesignaturen ortet. Okay. Dann machen wir. Was hätten wir? Könnten wir bei Catwoman? Ne, können wir nicht rein. Der Jäger. Okay. Okay. Machen wir erstmal. Also. Kampfpanzerung haben wir. Kugelsichere Panzerung. Ausrüstung. Mh. Ausrüstung. Haben wir denn hier überhaupt was Neues? Batcrow. Was? Enterwaffe. Mh. Immer so unentschlossen, was man so machen soll. Ach komm. Kripptreffer. Ach herr, wir sind ja hier ja noch. Genau. Genau. Bei der Schmelzernackung. Oh, guck mal. Da sind ja noch ein paar Ballons. Da sind ja noch ein paar Ballons. Okay. Dann hier drüben. Mal schauen, was hier drüben ist. Ja. Ja. Ein Kampf hier drüben! Du kommst hier nicht mehr lebend weg, Batman! Da war doch gerade noch was mit Klick. Du solltest vielleicht weglaufen, Batc! Ah ne, hups. Ich muss den linken Maustaste drücken. Oh, okay. Das ist der Ort, an dem du sterben wirst. Ach, stimmt doch gar nicht. Dich wird man in Arkham City beheren. So. Bisschen Platz hier machen, Jungs. Du wirst hier sterben! Oh, erst mal die hier. Nein, los, komm. Wir haben noch ein paar Kombos zusammen. Oh, das ist zufrieden, Batman! Okay, den nochmal. Oh, drei Leute gleich. Oh, geil. Ach, immer wenn ich diesen Crit ansetzen will, bin ich geschlagen. Haut der die mal auch richtig um? So. Das wird wehtun, du Frick! Na los, komm. Dann eben halt. Hier so. Okay, dann. Okay. Ach, nein. Der Joker. Äh. Doch, ist der Joker. Ja, genau. Ich höre.